Hallo zum Tageshoroskop vom 3.7.2024. Wir haben Mittwoch, die Wochenmitte. Da schauen wir natürlich wieder, wie die Sterne stehen und was in der Galaxie los ist. Dafür nehme ich wieder das Mitternachtshoroskop, berechnet auf Berlin, gültig für Deutschland, Schweiz und Österreich. Konstellationen gelten wie immer weltweit. Ja, und wir haben immer noch den Aszendenten, der ja mal zeigt, was hier in die Welt kommt, wie man auf die Dinge losgeht, wie man Projekte angeht. Da haben wir den Fisch-Aszendent in der zweiten Dekade, also eine Krebsfärbung. Und dementsprechend sind weiterhin Grenzüberschreitungen ein besonderes Thema. Man ist so ein bisschen verträumt, man möchte hier eine Auszeit genießen, passend zur Sommerzeit. Wir haben hier auch die Sonne im Sommerzeichen Krebs. Und das Verhalten ist dementsprechend natürlich auch mehr auf Rückzug ausgerichtet. Beziehungsweise Heimatthemen oder familiäre Themen haben dann einen besonderen Stellenwert. Ja, und nochmal zum Aszendenten. Also der Aszendent in den Fischen, der ist ja hier auch nah bei Saturn. Also beziehungsweise Saturn ist jetzt hier, oder der Aszendent nähert sich dem Saturn. Das ist schon fast eine Konjunktion hier mit Nessus dabei. Und eine Grenzüberschreitung von Regierenden gab es jetzt auch. Und zwar haben Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock das Nachtflugverbot missachtet. Und zwar hätten sie da eine Strecke, also zumindest die Baerbock auch, eine Strecke. Ich glaube, es waren 170 Kilometer, die sie da hätte zurücklegen müssen. Die wollten aber unbedingt das EM, also vom EM-Spiel dann weg. Und also die hatten sich das Deutschland-Schweiz-Spiel angeschaut. Und haben dann das Nachtflugverbot, was ja auch von den Grünen initiiert wurde, das haben die dann mal eben beiseite geschoben. Ja, also was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern so ungefähr. Ja, also die, oder was, alle sind gleich vor dem Gesetz, aber die sind anscheinend gleicher. Auf jeden Fall passt das natürlich dazu, weil hier Regierende Grenzen überqueren und Vertrauensmissbrauch begehen dann. Und zusätzlich dazu haben wir ja auch die exakte Spannung jetzt gerade von Merkur zu Pluto. Merkur ist jetzt im Löwen, hier in Spannung zu Pluto. Und diese Spannung hier bringt natürlich auch Manipulationen auf Reisen oder Machtmissbrauch auf Reisen. Also das ist dann eine Variante, wie sich das zeigen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, sind das auch Verkehrsunfälle, die sich zeigen können. Und zu Neptun hier, der ja den Aszendenten beherrscht und der ja auch die Grünen beschreibt, also jetzt, weil Baerbock ist ja bei den Grünen, ja, oder beziehungsweise auch überhaupt auch diese Grenzüberschreitungen, die stehen halt in Spannung zum dunklen Mond und das ist halt Unzufriedenheit. Man hat Unmut über diese Aktion. Das ist eine Variante. Eine andere Variante, wie sich das auch gezeigt hat, eine Grünpolitikerin, also eine andere Grünpolitikerin ist von den Grünen zur CDU gewechselt. Ja, also auch das hier, Unzufriedenheit im Zusammenhang mit den Grünen. Also da sind das hier zwei Beispiele und zusätzlich bleibt das natürlich auch hier eh ein gravierendes Thema hier, diese Spannung. Und die bringt halt auch natürlich gerade die Migrationsthematik hier unter Feuer beziehungsweise in eine Herausforderung und zusätzlich auch die Wohnthematik insgesamt. Also Wohnungsmangel oder Wohnprobleme, Unzufriedenheit mit der Wohnsituation können hier ein Thema sein. Wasserthematiken bleiben natürlich auch ein besonderes Thema. Und also wir haben also diese Spannung, die Wasserthematiken oder Unklarheiten bringen oder Sichtverhältnisse erschweren können. Also vielleicht ist man auch verträumt und das bringt dann einen Schatten, weil man hier im Straßenverkehr nicht aufpasst. Also das wäre eine weitere Variante. Also Merkur hat die Spannung zu Pluto hier, aber auch noch die Verbindung natürlich zu Lilith und zu Uranus und zu Neptun. Also Merkur ist hier gerade massiv in Kontakten zu anderen Himmelskörpern. Also das heißt, es gibt vielfältige Nachrichten, unterschiedlichste Informationen und das kann dann halt auch mit diesen, beziehungsweise all diese Himmelskörper können dabei eine Rolle spielen. Also ich gebe nochmal ein Beispiel, wie sich das zeigt. Merkur ist die Nachricht, Neptun ist die Grenzüberschreitung. Pluto ist der Machtmissbrauch, der dunkle Mond ist eine Unzufriedenheit und Uranus ist die Aufregung. Und da haben wir halt zum Beispiel diese Flugmissachtung des Nachtverbots. Also das wäre hier eine Variante. Ja und unerwartet kann man hier vielleicht dann durch Regen eine Krise haben im Straßenverkehr und das führt dann halt auch hier zu einem dunklen Kapitel. Also das wären so einige Thematiken. Also es ist jetzt auch gerade schwierig, Verträge zu unterschreiben. Es ist gerade schwierig, Einkäufe zu machen. Also es könnte sein, dass man hier in Gesprächen Macht- und Ohnmachtssituationen erfährt. Leidenschaft kann gerade ein besonderes Thema sein auch. Man hat Sehnsucht mit Neptun oder man hat hier eine Täuschung, man hat eine Illusion oder man hat hier eine romantische, romantische Gedanken, verführerische, romantische Gedanken mit Merkur und Lilith in Verbindung zu Merkur. Pluto ist dann eine starke Leidenschaft oder das Ganze steht in einer, ja unter Druck zu einer bestehenden Bindung und mit Uranus möchte man aber hier frei sein. Also das wären hier so Varianten, wie sich das zeigen könnte. Also das zu Merkur, also Merkur insgesamt durch die Kommunikation jetzt gerade ein bisschen schwierig auch, was das angeht. Auch der Handel natürlich hier unter Druck. Konkurs ist auch zurzeit gerade eine Thematik, weil Mars auch, das habe ich hier nicht eingezeichnet, das wäre sonst ein bisschen viel, aber Mars, der für Waldbrände steht, hat hier eine Halbsumme zu Saturn und Kronos. Kronos befindet sich hier auf 15 Grad Krebs gerade. Also hier mitten im Krebszeichen und Saturn ja hier etwas über der Mitte vom Fischezeichen und die beiden bilden dann hier eine Halbsumme zu Mars. Und das bringt also unter anderem Konkurs oder große Hemmungen auch durch Feuer oder auch vielleicht im Sport. Und daneben haben wir außerdem natürlich mit dem Mars hier gerade Waldbrände, ja, auf Kreta und Kos und das war noch irgendwo. Also auf jeden Fall, diese Waldbrandthematik kann hier auch eine Rolle spielen und der Mars nähert sich ja auch schon Uranus und das ist sowieso dann eine Energie, wo auch diese Thematik von Waldbränden betont sein könnte. Also das sind so einige Dinge, die sich hier zeigen könnten. Genau, dann gab es noch eine Nachricht, auch interessant und zwar gab es am Gardasee einen Ausbruch vom Norovirus und wir haben ja also die exakte Verbindung gerade von Venus zu Saturn. Saturn in den Fischen bringt Einschränkungen durch Seuchen, also durch Viren auch und Venus hat aber zeitgleich auch noch die zunehmende Spannung zu Chiron und Chiron ist natürlich auch der Darm oder die Krankheit und Venus steht natürlich auch für das Körperliche. Also die körperliche Gesundheit steht hier unter Spannung in Verbindung zu einer Einschränkung durch ein Virus. Also so kann sich das zeigen und diese Einschränkung findet auch am See statt, hier am Gardasee, also in den Fischen. Und dann ist ja auch noch das Ganze, Neptun wird ja beherrschstellt in Saturn, diese Einschränkung und der steht ja in Spannung zum dunklen Mond, also gerade vielleicht so in südlichen Gegenden kann sich das besonders zeigen. Und auch der Magen, also der dunkle Themen in Bezug auf Ernährung oder den Magen sind hier halt dann natürlich auch eine Thematik, die sich zeigen können. Ja, dann wollte ich noch was sagen, genau, zu Merkur-Pluto will ich nochmal kurz erwähnen. Wir haben ja auch den Ampelstreit gerade und das ist auch schön, weil, also insofern schön, also ich meine jetzt einfach als Beispiel hier, um das zu erklären, weil Merkur-Pluto ist natürlich der Machtkampf in den Meinungen hier. Die Debatten laufen hier heiß. Und das Ganze hier in Verbindung mit Neptun, es gibt hier Unklarheiten und Merkur bringt ja auch immer zwei oder mehr verschiedene Meinungen. In der Ampel sind ja drei beteiligt. Ja, und der dunkle Mond ist mit verbunden und Uranus ist mit verbunden, also es sorgt für viel Unruhe und für Missmut durch den dunklen Mond, auch in der Bevölkerung natürlich, weil ja hier nichts funktioniert. Ja, und genau, dann wollte ich nochmal was zur EM sagen. Da gab es ja gerade das Spiel von Portugal auch, die es ja geschafft haben im Elfmeterschießen und das ist deswegen interessant, also unter anderem, weil der Uranus, also der Hauptakteur bei den oder der bekannteste Spieler bei Portugal ist ja Ronaldo, Cristiano Ronaldo und der ist ja Wassermann und Wassermänner werden ja durch Uranus charakterisiert hier unter anderem und der Uranus steht ja gerade auf dem Fixstern Algol und deswegen hatte ich ja schon Beispiele gegeben in den letzten Tagen und Wochen, wo es für Wassermänner gerade schwierig steht. Und Algol steht halt natürlich einerseits für so eine Faszination, also das ist so eine positive Auswirkung, aber halt auch für Katastrophen und es läuft halt gerade ganz schlecht und dann hat er ja auch einen Elfmeter verschossen und hat ja dann auch da Träne vergossen. Deswegen, was insofern nachvollziehbar ist, weil es halt sein letztes großes Turnier ist und man möchte ja nicht so abtreten. Und dann hat er im Elfmeterschießen ja das doch noch wieder geschafft. Und aber wir haben halt auch den Amor mit dabei, also man ist sehr leidenschaftlich und das Ganze halt hier auch, also er ist ja dann auch wieder beliebt, also man sieht hier beide Energien. Einerseits diese Liebe zum Wassermann, andererseits aber auch die schwierige Situation durch den Alkohol. Ja, das wäre dazu genau. Und Uranus, da will ich auch nochmal sagen, Uranus steht natürlich auch für Umweltkatastrophen und es gibt gerade eine Verbindung auch von, oder beziehungsweise eine Halbsumme von Uranus, beziehungsweise von Saturn und Vulkanus zu Uranus. Und das zeigt unter anderem natürlich auch Einschränkungen durch Vulkane oder durch, also Umwelteinschränkungen, die hier den Boden betreffen können. Uranus ist ja im Erdzeichen Stier und das, es gab jetzt gerade Hurricane auf Barbados unter anderem. Also, ja, die Auswirkungen dort sind natürlich dann auch heftig und Katastrophale oder beziehungsweise Naturkatastrophen sind ja länger halt auch ein Thema damit. Ja, das soweit zu diesen Energien. Dann haben wir den Mond heute im Zeichen Zwillinge den ganzen Tag. Das bringt natürlich weiter viel Bewegung, viel Kommunikation, Gespräche mit der Familie, Gespräche übers Wohnen und mehr so eine Informationsbeschaffungsenergie. Man spricht vielleicht über Gefühle auch, aber alles eigentlich eher etwas oberflächlich. Der MC bleibt heute im Zeichen Schütze, bringt also als Ergebnis des Tages oder als das, was wir in der Öffentlichkeit oder auf der beruflichen Ebene vorfinden. Und das ist halt natürlich die Reisethematik oder das Ausland, aber auch die internationale Championship hier im Fußball oder internationale Turniere, weil die Tour de France ist ja auch gerade unter anderem und Leichtathletik, Meisterschaften gab es ja auch gerade, also so unterschiedliche Champions, Championship, also Ereignisse. Also der Astroid Champion steht ja gerade bei Jupiter im dritten Haus. Man spricht halt darüber. Also weiterhin eine Menge los. Ja, dann wünsche ich dir einen wundervollen Mittwoch. Wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, dann rate ich dir zu einer Beratung. Da biete ich weiter 10% auf die Sternstunde. Schreibe ich dir einfach über das Kontaktformular an. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich über Kommentare und bedanke mich für liken, teilen, abonnieren meines Kanals und wünsche einen schönen Tag. Bis morgen. Alles Gute. Tschüss.